Der Gasthof Rentsch in Kaufing bei Schwanenstadt ist eine dieser Glücksfälle, wo einfach alles stimmt. Walter Rentsch hat den Betrieb seiner Eltern übernommen und kümmert sich mit Herz und Seele um die Bedürfnisse seiner Gäste. Es gibt fast keinen Wunsch, der hier unerfüllt bleibt. Im liebevoll dekorierten Ambiente der Gasträume genießen Sie hier Spezialitäten der traditionellen Küche genauso wie vegetarische Schmankerl. Moderne Komfortzimmer laden ein zum Übernachten und länger bleiben, befindet sich das ehemalige Tavernenwirtshaus doch mitten im Grünen und ist dennoch in Stadtnähe. Der Gasthof Rentsch ist in jedem Fall ein Geheimtipp.